Hm, Blake oder mit Ike zuerst reden? Mal Blake zuerst. Dein Gesicht kenne ich nicht. Deins kenne ich auch nicht. Hat ihnen ihre Innereien durch den Hals gezogen und ist dann geflohen. Geflohen? Na, vor dem Duke. Er hat ihn aus dem Vorher vertrieben, als er die Macht übernommen hat. Er hat ihm auch die Schakale auf den Hals gehetzt, sagt man. Aber was davon stimmt und was nicht, musst du für dich entscheiden. Wer ist Logan? Du weißt nicht, wer Logan ist? So heißt der Duke. Du hast doch nicht geglaubt, dass der Duke wirklich nur der Duke heißt, oder? Zu niemandem. Verstehe. Du bist ja auch neu hier. Mach dir erst mal selbst ein Bild. Und lass dich von niemandem beeinflussen. Nicht alles, was vergangen ist, war schlecht. Also, was möchtest du? Handel mit mir. Handel mit mir. Schlafen, Rüstung, na. Großes Fleisch. Eitränke. Das ist doch teuer, ey. Gerätten-Schachtel. Mal was zu verkaufen. Tiefelbrocken, Grundkontrolle, die brauche ich wahrscheinlich alle noch. Regieriegel. Gibt's denn hier nicht einfach eine Abteilung für Abfall, damit man weiß, ob man's braucht oder nicht, ne? Toxin, Pures, Mana, Felle. Vielseitig verwendbar. Brauchst das Handwerksmaterial oder nicht? Was kann ich davon weghauen, weiß nicht? Was hier kann bestimmt weg? Komm mal. Müllampe. Becher. Der Krug. Mir zeigt die nur alte Münze, das Klopapier und die Zigaretten. Erzähl mir mehr über Baxter. Niemand weiß, wo er ist. Er ist überall. Hat überall seine Ohren und überall seine Männer. Wenn du dem Blutigen begegnest, solltest du um dein Leben fürchten. Wenn er dich finden will, dann findet er dich auch. Du wärst gut beraten, nicht mehr über ihn herausfinden zu wollen. Erzähl mir mehr über den Duke. Er ist jetzt der Boss von's Ganze und ein ziemlich harter Hund. Du solltest ihm nicht krumm kommen. Apropos dem Duke krumm kommen. Ich hätte da etwas, wofür ich jemanden wie dich brauchen könnte. Jemanden wie mich? Naja, du weißt schon, jemanden, der dem Duke nichts schuldet. Pass auf, ich erklär's dir. Der Duke hat ein Waffenlager, in dem er unter anderem eine Menge Granaten lagert. Und ich verkaufe Granaten. Mein Problem ist, dass er genug Granaten dort lagert, um die Preise kontrollieren zu können. Wenn er sich entschließt, mehr zu verkaufen als ich, dann fallen die Preise plötzlich. Und wofür brauchst du jetzt mich? Ich will, dass mindestens drei Granatenkisten aus Dukes Lager verschwinden. Wie? Ist mir egal. Wenn du sie allerdings mir bringst, wäre ich gewillt, mit dir zu teilen. Überleg's dir und sag mir dann Bescheid. Wegen deiner Granatenkisten. Hast du dir überlegt, ob du sie für mich klauen willst? Ich werde sehen, was ich tun kann. Gute Entscheidung. Also, bring mir die drei Kisten und dann kannst du dir deine Belohnung aussuchen. Alles klar. Wenn ich das toll ist. Klar. Ja. Eine Kloßbrühe. Drin sieht's auch nicht besser aus, als draußen. Outlaw. Das ist unwichtig, Alter. Du bist einfach nur unwichtig. Du bist ein... Alter. Naja, hab mir schon gedacht, ich geh sofort los. Also, ich war schon längst wieder draußen, bevor du reagierst. Hast du Nase. Hier ein namenloses Gesindel. So. Obereik. Da ist er. Hey. Hey, neu hier, was? Yeah. Würde man so sagen. Krass. Echt krass. Sag mal, kennst du das Geheimnis, wie man ohne viel Arbeit an Splitter kommt? Alles in Ordnung mit dir? Klar doch. Na ja, fast. Ich bin mal wieder blank wie ein Stück Scheiß aus Papier. Und wie verdienst du dir deine Splitter? Na ja, wenn ich nicht gerade zu bin, geh ich in die Arena. Der Gewinn, den Big Jim mir aushändigt, reicht meist für den nächsten Trip. Du kämpfst also in der Arena. Ja, Mann. Ich bin vielleicht nicht der beste Kämpfer, aber auch nicht der schlechteste. War mal echt gut. Eigentlich bin ich sogar noch immer. Aber meist bin ich zu dicht, um vernünftig zu kämpfen. Warum suchst du dir keine andere Arbeit? Hey, ich gewinne genug Kämpfe, also mach mal nicht einen auf Arbeitsvermittler. Eigentlich habe ich nur ein Problem. Ich bin süchtig. Süchtig nach Stimms. Süchtig nach Alkoholscheiße. Sogar süchtig nach Sex. Und das weiß auch jeder hier. Ja, und? Hast du schon einmal versucht, zugedröhnt, besoffen oder leergefüge zu kämpfen? Das kannst du vergessen. Was kannst du mir über Big Jim erzählen? Der markiert hier schon lange sowas wie den Boss. Verträgt locker das Doppelte von dem, was ich mir reinfahre. Aber er zahlt mir immer genug aus, sodass ich bei Doc meinen Stoffvorrat auffrischen kann. Ich fordere dich zum Kampf heraus. Du bist ja derbe drauf. Kommt mir eh gelegen. Brauch neuen Stoff. Zumal du mich gerade in einem halbwegs nüchternen Moment erwischst. Da sollte es leicht sein, dich zu besiegen. Aber vergiss nicht, Bruder. Wenn ich gewinne... War's das? Eine Revanche kriegst du nicht. Auf einen fairen Kampf. Nee. Wenn ich mir jetzt einen kippe, mach ich's dir viel zu leicht. Hier, hast es wieder. Du schlägst also ein Bier aus. Hey, ich wollte dich nicht beleidigen. Dann trink. Na, schön. Du solltest dich vor dem Kampf noch etwas aufputschen. Alter, das Bier ist eigentlich schon zu viel gewesen. Wenn ich jetzt was nehme, qualmen mir die Socken. Ach, verdammt. Verdammte Axt. Ich hoffe, ich schaffe den. Verlieren. Ich hoffe, ich bin hinterher, sonst weiß ich nicht... Ah, hier ist die Arena doch. Fahr hier nochmal. Und dann hoffen wir, dass es klappt. So kann das nicht weitergehen. Bereit für eine Schelle? Zieh einfach deine Waffe. Klar, Mann. Ja, komm mal her. Erstmal hat mich wieder einer getroffen hier. Alter, du hättest ruhig etwas weniger zuschlagen können. Das sah nicht gerade die feine Arp. Aber du hast mich besiegt. Jetzt kannst du bei Big Jim abkassieren. Ich baue mir darauf ein. Hab sicher noch ein paar Reste rumliegen. Ich sag immer, lieber auf die Fresse geben, als auf die Fresse kriegen. Auch wieder Lebensweisheit. Lieber auf die Fresse geben, als auf die Fresse kriegen. Sehr gut. Merkt euch das. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier. Mehr gibt's für die Pfeife nicht. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl nur, weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Alles klar. Unsere Gesundheit wieder auffüllen. Essen wir erstmal was. Und noch ein bisschen die Gegend, bevor ich mich verprügeln lasse. Ich glaube, weil was anderes wird es nicht. Ein ganz fieser Möp. Seitdem wir aber das Schild haben, geht es besser. Aber da kommen wir ein bisschen besser zu Recht. Was ist denn hier unten? Die haben sogar Strom hier. War der... Nein, war nur ein Outlaw. War ein... Niemand. Elmar. Baut ihr hier, verdammte Axt? Was ist das? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was das ist, wenn das jemals fertig ist. Was willst du von mir? Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Springsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fohr entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Jetzt nicht. Hm. Armer Junge. Was ist das hier? Du bist auch ein Gefangener, ne? Oh, eine Anleitung. Tagenergie-Speicher. Oh, guck mal. Da kann man sitzen und am Laptop zocken. Und, was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird, oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben, oder nicht? Zecken? Ich bin mein eigener Herr. Hm. Ja. Das denken sie alle noch am Anfang. Egal. Was willst du vom alten Konrad? Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werken. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe. Wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Äh, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Hm, ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten? Ah, eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Nein. Jo, dann mach das doch mal. Vielleicht verräter es dir ja. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Kennst du den Gefangenenkleriker? Nein, oder ich hab sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte. Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Und bevor du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalte sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Deswegen gibt es mir einfach so die Koordinaten. Was ist deine Geschichte? Ach, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und, bumms, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Ich hole dich raus. Schnell, schnell. Ja, schneller, immer schön langsam. Hm. Sind wir hier? Was ist das? Finster hier. Der Fackel ist auch nicht besser. Boah, also. Wenn es dunkel ist in dem Spiel, dann wirklich richtig dunkel. Nur Notbeleuchtung überall hier. Der Lagermeister. Hier soll ich die Kisten klauen wahrscheinlich. Wo ist denn der Junge gerade? Da kann doch der Lagermeister stehen. Der steht da hinten. So, hat keiner gemerkt. Was dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Magen zu klauen. Ich bin dafür verantwortlich und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Wie schmeckt die Waffe denn? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegenschiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Wie gut sind eure Rüstungen? Hey, die Dinger sind echte Handarbeit. 1A Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder Penner die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Wer die empfangen will, muss verdammt viele Ärsche lecken. Ha, ha, ha. Verdammt viele Ärsche lecken. Zeig mir, was du so hast. Zeig mir deine Waren. Ah, Waffen. Irgendwerb Zahnarzt. Ah, verdammt, da bin ich mir nur drei Punkte. Hm. Ha, ha, ha. Nächste Level ab. Kettensäbel. Guck mal, der hat nur zwei Schaden mehr. Hotschill. Rüstung. Ah, der Sammlerhut. Schrottsammlerhut. Bellerer Mütze. Schrottsammlerhemd. Guck mal, schon plus drei Rüstung. Kann ich sogar anlegen. Ah, ich hab nicht so dick in die Kohle, ey. Haha, das. Und die Axt. Kann ich leider nicht, aber den Kettensäbel könnte ich vielleicht mitnehmen. 10% nahe kommen. Glädererweste? Ne, die Schrottsammlerhemd. So. Eher noch das Schild mitnehmen, ne? Waffe haben wir noch gekauft. Waffe haben wir noch gekauft. Ne, ein wenig. Ach. Könnte ich auch machen. So ist das nicht. Der Kettensäbel, der lässt sich natürlich verbessern. Aufsteigen. Dann beides auf 45. Man kann man nicht modifizieren. Kann man nicht modifizieren. Kann man ausschlachten. Braucht man auseinanderschrauben. Das ist natürlich auch was. Die Granatenkisten haben wir. Ist natürlich das Schild doof. Aber ich kann mir jetzt nicht extra noch ein Schild kaufen. Nur weil es doof aussieht. Wie ich einfach im Lager gelandet bin. Okay, da sitzt der Duke. Ja, ne? Bissere als in so einem blöden Hotel zu wohnen. Warum hier so ein fettes Loch drin ist? Verdammt. Oh, da ist der Teleporter. Das ist einer. Kann ich eigentlich noch einer sein? Glaub ich denn da einen Marker? Glaub ich denn da einen Marker? Achso, ja. Da hatte ich ja. Ziel markiert, den Ort. Ganz weit weg. So ein zahmen Schakal wäre schon was, ne? Hier war dann noch ein Weg. Hier lang. Das war dann also die Höhle, die wir gesehen haben. Ja, das habe ich von da oben irgendwo gesehen. Ja, ich dachte, das wäre hier irgendwas Besonderes. Aber es leuchtet da unten rot. Oh no. Mean wahrscheinlich. Oh, verschlossen. brauchen wir Elmas Tresor. Elmas Elmas schon mal getroffen? Kann natürlich sein. Egal, wir sollten jetzt langsam mal mit Duke und der mit einer Lady hier reden. Auch nix. Vielleicht sind sie noch ein paar... Ach nee, die schießen ja nur mit... Was haben die denn hier gemacht? Arme Jungs, was habt ihr angestellt? Damit ich ihn ja nicht auch mache. Aber die haben jedes Mal noch eine Zigarette bekommen. Jop. Ah, ist mal eine Rolle hier. Ich kann mich wohl nicht davor drücken, die Frau umzubringen. Ah, das stodert schon wieder einer. Was soll denn das hier? Ihr seid echt ekelhaft. Das ist eben was Großes, ey. Oh Gott, was hier los ist. Puh. So. So, neun Klamotten. Sieht schon aus wie einer von denen bald hier. Oh, der hat ne coole Rüstung. Will ich auch haben, Mann. Oder an, Mann. Oh Gott. Vielen Dank.